Hey Ho! Minecraft Freunde! Hey Ho! Meine Minecraft Freunde! Du Silber! Du wasche! Du kennst mich ja, der ist weiß, der ist nicht schwarz. Hallo! Herzlich willkommen zu... Ne, hab ich nicht gefahren. Ich hab so lange schon kein YouTube-Video, mein Gott, du musst immer in die Kamera schauen. Das ist ganz wichtig, die ganze Zeit durchgehen. Nein, das geht nicht. Zu einem Video nach... Willst du nicht nochmal anfangen? Nein, schluss egal. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen! Zu einem lange erwarteten Sequel von der... Saus Challenge! Saus Challenge! Die Erisdorf-Challenge. Erisdorf-Tilis, was? Richtig, Erisdorf-Tilis. Eigentlich wollte Consta den Film, dass das ganze Kino ausgestrahlt wird. Ich glaube, wir sind unsere Fans-Träger, wie wir machen so für du. Du musst ein bisschen humble bleiben. Genau. Ja, ich würde sagen... Classic erst, oder? Ja, das ist schön. Aber machen wir nicht. Aber machen wir nicht. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja. Ist auch der Einzige, glaube ich, mit 4%. Ja, die anderen haben so 80%, glaube ich. Ja. Der hat 37,5% knackige. Nicht so stark wie der legendäre Stroh 80, aber... Richtig. Weil es leicht bringt, da kann man... Können wir einen Stroh-80-Test machen? Ich glaube nicht, dass es so viele Stroh-80 gibt, oder? Ne, 80 nicht. Wir können Stroh-Test machen. Die 50er, die 60er, ich glaube 40er, die 80er. Mein Gaumenbereich, mein Mundbereich ist ganz trocken. Das ist schneller. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich weiß nicht, ob das hilft. So. Na dann. Stößchen. Ja. Klassischer Wodka. Gar nicht sogar der beste Wodka für den Breit. Nein. Aber... Das kennt man halt. Ganz klassisch. Aber nicht gut alleine. Der wird sicher der letzte sein, das weiß ich jetzt schon. Grausig. Jetzt Pink, oder? Ja. Pink ist, glaube ich, die neueste Seite. Aber jetzt auch schnell alt. Ja, aber das reicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ja. Schönen. Schönen. Halb oder ganze eigentlich? Ganzer. 12, nein 12. 16. Achso nicht viel. 18. Ich kenn mich doch aus Sebastian mit meinem Alkohol. Mhm. Als Hobby Alkoholiker. Richtig. Warte. Warte. Ich muss es hinschneiden, seit wo du Stress nicht immer darfst. So. Prost. Ja. Den kann man auf jeden Fall auf jeden Fall. Wesentlich besser. Klein Vergleich eigentlich zum ersten. Richtig. Sehr süß, aber. Nicht schlecht, aber sehr süß. Zu Sprite finde ich passt der gut. Kann ich mir vorstellen. Hatten wir auch keinen Kater am nächsten Tag, weil Sprite sehr gesund ist gegen Kater. Gleich Tim. Weiß ich jetzt nicht, ob das Fakten sind oder ob das... Nur Fakten. Hier nur Fakten auf dem Kanal. Ja, aber dann haben wir das Beste. Ist gut, sehr süß. Und was schmeckt denn noch, bevor es alle eigentlich schmeckt? Strawberry. Oh, da kommen wir Leute. Oh, oh. Egal, dann haben wir Publikum. So. Rot. Ganz flessig. In meinem Fall ist das am sehr viele damit zu sehen. Das sind wir mit Cola, Mann. Also klassische Einstiegsdroge. Richtig. Warum haben wir da noch? Was? Einen alten? Weiß ich nicht. Einen Keller. Wir müssen alle durchprobieren. Und dann raten. Oh, wir haben aber gar keinen geratet bis jetzt. Wie viel kriegt der? Oh, was kriegt der? Ich weiß nicht, ich würde sagen... 4 von 10 Wodka Shots. Ich würde 3 geben. 3 von 10 Wodka Shots. Ja. Für die Stärke. Kann man machen. Und dafür eigentlich, wir haben... Pink würde ich sagen, kriegt 7. 7. Oder fast 8. 7,5. 7,5. Hallo. Wir filmen gerade noch. Ein Porno. Kein Porno. Das ist gerade das Intro, damit es mega wird. Tschüss, tschüss. Das war doch nochmal so. Cooles Video, oder? Gut. So. Würde ich eine 6,5 geben? Nein. Eine 7. Boah. Schwierig. Poleberry... Leider bin ich sehr schlecht in Englisch. Ich weiß nicht was. Was denn? Poleberry. Polabian. 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 Ja. Okay. Nein, wahrscheinlich nicht. Was hast du gesagt? 7. Nein, 7 nicht. 5. 5. 5,5. 5,5. Jetzt Ginger. Keine Seele. Echsen. Das sind Tränen. Tränen? Tränen. Tränen. Obwohl. Nachgeschmack da. Der Nachgeschmack. Am Anfang denkt man sich, mit dem Oma. Ja. Bisschen rauchig. Dann brennt es extrem. Bisschen rauchig aber. Wie soll der schmecken? Ginger weiß ich nicht. Wahrscheinlich nach. Ginger flavor. Ginger, ja. Würdest du ihn machen, oder? Ginger liegt bis jetzt. Ja, okay. Aber bissl rauchig. Schmeckt nicht schlecht. Hat ne... Da... 5,5 würde ich jetzt. Ne 6. Wenn der Nachhinein nicht so scheiße, dann wäre es eigentlich schon ne... Ne 7 oder so. Ich geb ne 6. Ich geb ne 5. So, jetzt musst du mir... Lein probieren. So was du machen hast, ne? Ja. Wo steckst du hier alle? Hallo. Aber Black ist jetzt keiner mehr da. Schau mal. Dann hab ich weggesoffen. Mhm. Mhm. Hup. So. So. Nein. Oh mein Gott. Ne. Na ja. Doch, ich find den nicht schlecht. Doch, doch, doch. Der hat eine 7,5. Bei mir. Bei dir nicht? Boah, ich weiß nicht. Was ist er bei dir? Ja, so geht es besser als der normale. Aber es ist trotzdem. Gering wie allen nur 5. Boah, doch. Der ist nicht schlecht. Weiß ich nicht. Der ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Echt gut. Das kommt da schön dann. 6. 6. 6. Ganz klassisch. Die schwarze. Sehr gute Cocktails. Sehr gute Cocktails. Kommt von der Saal zur Zunge auch sehr gut. Ja. So. Prost. Prost. Ja. Neun. Ja, neun. Schon? Ja. 8,5. Neun, neun. Lass dich nicht von ihm lügen. Neun. Neun. Ja. Also hat er gewonnen. Die Pointe des Videos ist. Er hat gewonnen. Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Den wir ja dreschen. Ja. Willst du mal zeig dich kurz? Komm zurück und dreschen will ich ja. Neun, 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 neun. Und hier kurz aufwischen. Ähm. Kleine Disclaimer noch. Ja? Alkohol ist schlecht. Trink kein Alkohol. Boah, wie wir das synchron gemacht haben. Boah, das war eigentlich nur ein informativstes Video, dass Kinder keinen Alkohol trinken und generell... Genau. So eine D-A-W-R. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt kannst du das verhalten werden. Das hat uns eigentlich ziemlich gut gefreut.